Ja, neben der Möglichkeit durch Festpreise in Märkte einzugreifen, kann der Staat mit einer weiteren Strategie in Märkten Einfluss nehmen mit der sogenannten Höchstpreisstrategie. Schauen wir uns das mal genauer an. Zunächst mal gehen wir von der Gleichgewichtssituation aus ohne staatlichen Eingriff. Das würde in etwa so aussehen. Gleichgewichtspreis, Gleichgewichtsmenge, Angebot und Nachfrage befänden sich im Ausgleich. Jetzt könnte der Staat aber zum Beispiel auf Märkten für lebensnotwendige Güter, Lebensmittel oder aber auch Dienstleistungen wie Mietwohnungen, könnte der Staat den Eindruck gewinnen, dass die Gewinne der Anbieter zu hoch eingeschätzt werden oder aber auch, dass die Preise insgesamt auf diesem Markt als zu teuer, als zu hoch eingestuft werden. Dann kann der Staat hergehen und kann einen Höchstpreis auf diesen Markt vorschreiben, festsetzen, der naturgemäß unter dem sich freibildenden Gleichgewichtspreis liegen muss. Das ist dann sozusagen hier der vom Staat festgesetzte Höchstpreis, der eben nicht überschritten werden darf. Das heißt, dieser stellt einen besonderen Schutz der Nachfrager dar, beispielsweise auf dem Mietwohnungsmarkt. Das wäre so eine Variante. Jetzt schauen wir uns die Situation mal an. Was entsteht denn hier? Natürlich ist es jetzt für diesen viel geringeren Preis als der Gleichgewichtspreis für die Anbieter wenig attraktiv hier, nehmen wir mal das Beispiel mit den Wohnungen, Wohnungen anzubieten. Das Gleiche schauen wir mal auf der anderen Seite. Für die Nachfrager, für die bisher der Wohnungsmarkt beispielsweise in Ballungsräumen zu teuer war, wird es jetzt attraktiver, Wohnungen zu diesen Mietpreisen nachzufragen. So, das heißt, wir haben ein klassisches Ungleichgewicht auf diesem Markt, das einen Nachfrageüberhang darstellt. Das kennen wir schon aus anderen Betrachtungen. Nun, was ist die Folge von diesem Nachfrageüberhang bzw. umgekehrt dieser Angebotslücke? Jetzt hat der Staat, der sozusagen eine künstliche Verknappung herbeigeführt hat, zwei Möglichkeiten oder mehrere Möglichkeiten darauf zu reagieren. Jetzt kann er zum einen entweder die Angebotsseite stärken, indem er Subventionen zahlt an die Anbieter, an die Bauunternehmen beispielsweise, um das Angebot hochzuhalten, um mehr Wohnungen auf den Markt zu bringen. Oder aber die geringe Nachfrage muss durch Kontingentierung durch den Staat sozusagen verteilt werden, wobei das natürlich bei Wohnungen vielleicht schwieriger ist als bei Lebensmitteln oder sowas. Das heißt, das wären dann Reaktionen, die der Staat durch sein eigenes Eingreifen wieder hervorruft. Daher kann man auch sagen, dass das schon ein Beleg dafür ist, dass man das als marktinkonform, als nicht marktwirtschaftlich einstuft, diese Art von Einflüssen. Eine weitere Folge dieses staatlichen Eingriffs könnte sein, dass die Maßnahme eben verpufft. Beispielsweise könnten die vielen Nachfrager sozusagen still und leise mit den Anbietern doch höhere Preise unter der Hand ausmachen. Das nennt man dann einen klassischen Schwarzmarkt. Das heißt, offiziell wird im Mietvertrag der Höchstpreis eingesetzt, aber es geht dann jeden Monat eben nochmal schwarz bar eine höhere Summe über den Tisch. Das wäre eine weitere Möglichkeit und das eigentliche Problem, nämlich den Mietraum, die Mietsituation in Ballungsräumen zu verbessern, ist wieder verpufft. Das heißt, die Mieten werden trotzdem hoch bezahlt und der Mietraum ist doch geringer als eigentlich erwünscht. Das ist so hier diese Bewegung auf der Nachfragekurve, dass da der Preis dann doch wieder hoch geht und insgesamt die Nachfrage doch wieder weniger wird. Also insgesamt weniger Wohnungen vermietet werden, als eigentlich gewünscht. Können wir nochmal sagen, Höchstpreisstrategie wird dann angewendet vom Staat, wenn er auf einem Markt zu hohe Preise vermutet, zu hohe Gewinne der Anbieter vermutet und eben aus diesem Grund einen besonderen Nachfrageschutz einbauen will. Nachteil an dieser Strategie ist eben, dass er zum Teil schlechtere Konsequenzen, Folgen auf diesem Markt mit verursacht, als er eigentlich an positiven Effekten sich davon erhofft hat. Ja, im nächsten Video schauen wir uns dann noch die dritte marktinkonforme Möglichkeit des Staates an, nämlich die sogenannte Mindestpreissetzung. Ja, bis dahin viel Spaß beim Lernen.